Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Teemischungen. Welche Kräuter passen zusammen? Welche Teemischungen sollte man wirklich zu Hause haben? Welche Kräuter könnte man über einen langen Zeitraum anwenden? Welche sind wirklich nur für ein Wehwehchen bestimmt? Alles das besprechen wir in diesem Video. Ich bin Kerstin, die Kräuterin, Kräuterexpertin und Mama von zwei kleinen Kindern und beschäftige mich seit mehr als zehn Jahren mit den Wildkräutern, die direkt vor unserer Haustüre wachsen. Als allererstes möchte ich dir ein paar grundlegende Informationen zum Thema Tee mitgeben. Und zwar, wenn du einen Tee kaufst, egal wo, ist auf jeder Schachtel immer natürlich steht oben, welche Kräuter drinnen sind. Die Listung dieser Kräuter hat einen gewissen Sinn. Das Kraut oder diese Pflanze, die als erstes auf deiner Teemischung, auf deiner gekauften oben steht, ist vom Gehalt her auch diese, die am meisten drinnen ist. Das heißt, wenn du fünf, sechs Kräuter findest auf deiner Teemischungen, sind die von oben herab gestaffelt nach der prozentuellen Menge her, wie viel Kräuter, wie hoch der Anteil dieser Kräuter in dem Tee ist. Das Weitere, was du wissen solltest, sind, es gibt in vielen Teemischungen oder fast in allem sogenannte Schmuckdrogen drinnen. Das sind Kräuter und Pflanzen, die keine bestimmte Heilwirkung haben, sondern aufgrund ihrer Farbe, aufgrund ihrer Optik einfach in Teemischungen vorhanden sind. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, sind die Ringelblumenblüten oder auch Kornblumenblüten. Dieses Blau, das sind sogenannte Schmuckdrogen, haben keine spezielle Heilwirkung, mischt man aber im Tee es einfach mit hinein, damit sie eine schöne Mischungsfarbe ergibt und damit der Tee einfach etwas lebendiger wirkt. Das gleiche gilt auch noch für Rosenblüten zum Beispiel. Alles, was sehr farbintensiv ist, nennt man Schmuckdrogen und sie in Tees immer wieder vorhanden und auch ich gebe sie in meine Teemischungen hinein. Welche Teemischungen du jetzt verwenden solltest, beziehungsweise zu Hause haben solltest, das erkläre ich dir gleich. Vorab noch die Info, was das Thema Kräutertrocknen betrifft. Dazu gibt es ein eigenes Video auf diesem Kanal bald. Wichtig ist, dass die Kräuter wirklich sehr, sehr trocken sind und dass du sie luftdicht, in luftdichte Gefäße gibst, damit das Aroma, die ätherischen Öle, die Kräuter haben, dass das nicht verloren geht, bis du die Kräuter jetzt da zusammen mischt. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn du Teemischungen selber herstellst. Eine der wichtigsten Teemischungen, die in keinem Haushalt, in keinem Familienhaushalt mit Kindern auch fehlen sollte, ist ein Erkältungstee, ein Fiebertee, ein Schwitztee. Dazu brauchst du eigentlich nur zwei Kräuter, würde ich sagen. Das eine sind Holunderblüten und das zweite sind Lindenblüten. Diese beiden getrockneten Pflanzen sind das Optimum, wenn es geht darum, eine Erkältung, Fieber rauszuschwitzen, ja, einfach den Körper hier zu reinigen. Dazu eben einfach Holunderblüten trocknen und Lindenblüten trocknen und die beiden dann zu gleichen Teilen zusammen mischen. Der Tee, das ist sehr, sehr wichtig, ist ein reiner Tee für das Wehwehchen. Das heißt, so einen Tee darfst du nicht wochenlang zu dir nehmen und anwenden, sondern das ist wirklich, weil es sehr starke Heilkräuter sind, nur für die Akutphase, für das Fieber, für das Schwitzen, für die Erkältung. Du kannst ohne weiteres da zwei, drei Tassen am Tag trinken, auch deine Kinder natürlich, aber sobald die Erkältung besser wird, auch mit dem Tee aufhören, der ist nicht für eine Langzeitwirkung geeignet. Die zweite Teemischung, die ich dir vorstellen möchte, sollte auch in keinem Haushalt fehlen, ist eine Hustenteemischung, eine Halskratzteemischung. Die braucht man auch relativ häufig und diese möchte ich dir heute auch vorstellen. So könnte zum Beispiel eine Teemischung auch aussehen. Hier siehst du verschiedene Farben auch drinnen. In dieser Teemischung habe ich drinnen Gänseblümchen, ich habe Pfeilchen drinnen, Huflattich ist drinnen, Spitzwegerich, Thymian ist drinnen. Also das ist wirklich eine Mischung querbunt. Alles Kräuter, die schleimlösend wirken, auch Malm, Eibisch, Käsepappel, auch solche Kräuter eignen sich für eine Hustenteemischung. Also da einfach deinen fantasiefreien Lauf lassen, beziehungsweise natürlich auch das Rezept dieser Hustenteemischung verlinke ich dir unter diesem Video. Dann kannst du da auch schauen, was vielleicht für Kräuter bei dir in der Nähe wachsen und diese auch sammeln. Wichtig bei einer Hustenteemischung, die kann man ohne weiteres ein, zwei Wochen lang verwenden. Wieder zwei, dreimal am Tag eine Tasse trinken, das ist kein Problem. Die Kräuter eben hier drinnen sind sehr, sehr viele Kräuter davon. Sind Frühlingskräuter, das sind Kräuter, die jetzt dann nur im Zeitigen oder im Frühling wachsen, wie zum Beispiel das Pfeilchen, wie das Lungenkraut zum Beispiel, wie die Schlüsselblume, die Primel eben zum Beispiel. Das sind alles Kräuter, die eben sehr positiv auf unsere Atemwege wirken und natürlich auch versuchen, den Schleim einfach abzuhusten. Du kannst mit diesen Kräutern natürlich auch den Tee kochen und dann inhalieren. Auch das wäre möglich, wenn du zum Beispiel verstopfte Nase hast. Da würde sich auch Thymian dazu wirklich gut eignen. Also man kann diese Kräuter natürlich nicht nur jetzt in Teemischungen verwenden, sondern auch andere Dinge damit herstellen. Ja und zu guter Letzt kommt jetzt natürlich noch eine Hausteemischung, eine Frühstücksteemischung, eine Teemischung, die du täglich einfach verwenden kannst, die einfach jetzt vom Geschmack her relativ eben sehr harmonisch wirkt und die du über einen längeren Zeitraum immer, wie auch immer, anwenden kannst. Kräuter, die eben in so eine Hausteemischung hervorragend reinpassen, sind alle Minzen, sind Zitronenmelisse, Zitronenverbene, sehr aromatische Kräuter mit viel ätherischen Ölen, die schmecken relativ gut. In meine gebe ich auch noch gerne eben Ringelblumen hinein, auch Rosenblätter kommen hinein. Brennnessel ist auch eine sehr sehr tolle Pflanze für eine Hausteemischung. Du könntest natürlich auch Brombeer, Himbeerblätter nehmen. Da gibt es sozusagen ja sehr sehr viele, die sich dazu eignen. Auch das Rezept zu dieser Teemischung natürlich werde ich dir unter das Video packen in die Beschreibungen. Jetzt gibt es auch zwei Möglichkeiten, wie du deine Kräuter danach, nach deinem Teemischen sozusagen aufbewahren kannst. Du kannst sie als Saganza ebenso wie hier in luftdichte Gläser geben. Wenn du aber lieber der Teebeuteltyp bist, auch das ist kein Problem. Es gibt so Teebeuteln auch zu kaufen, die man selber befüllen kann. Dann kannst du deine Kräuter auch in so Teebeutel hineinfüllen und so in deine Teetasse, in deine Teekanne hängen. Wenn du die losen Kräuter, wenn du das nicht möchtest, dass du das dann abseilen musst, ist auch so ein Teebeutel eine sehr praktische Alternative. Was musst du jetzt nun beachten, wenn du deinen Tee mischst? Du holst dir einfach eine Schüssel, eine große und deine Kräuter, die du zusammen mischen möchtest. Verwende oder beginne immer mit den Kräutern, die du, wo du die größte Menge hineingeben möchtest und absteigen dann bis zum Schluss mit Kräutern, wo du nur ganz wenig hineingeben möchtest. Ich für meinen Teil gebe eigentlich Kräuter, die meisten Kräuter, zu gleichen Teilen hinein und streue dann nur ein, zwei noch zum Schluss, wo ich etwas weniger hineingebe. Zum Beispiel Pfefferminze ist ein sehr intensiver Geschmack. Diese gebe ich dann nur etwas mit weniger Anteil in meine Hausteemischung zum Beispiel hinein, das ist wichtig. Weiters einfach mit den Händen hineinfahren, gut durchrühren deine Teemischung, dass sich alle Kräuter gut vermengen und eben dann abfüllen. Wie gesagt, entweder in Gläsern oder auch in so Teesäckchen. Auch das ist möglich. Ja, du siehst also, Teemischungen selber zu mischen, selber herzustellen, ist eigentlich gar nicht so schwierig und man braucht jetzt nicht zehn verschiedene Teemischungen zu Hause zu haben. Mit meinen drei Teemischungen hier komme ich und ich hoffe natürlich auch du relativ gut durch die Erkältungszeit und nebenbei kannst du dir auch noch relativ viel Geld sparen, denn Teemischungen, wirklich gute, qualitativ gute, sind nicht ganz günstig und die Kräuter, die ich dir hier jetzt auch gezeigt und erklärt habe, findest du die meisten vor deiner Haustüre. Ich hoffe, ich konnte dir zum Thema Teemischungen etwas Neues beziehungsweise ein paar Anregungen geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das eine oder andere vielleicht nachmachst und wenn dir noch mehr Dinge Wissenswertes rund um Wildkräuter vor deiner Tür interessieren, dann schau gerne auch noch meine anderen Videos an, zum Beispiel wie du einen Kräutervorratsraum einrichtest oder beziehungsweise was er alles haben sollte. Ich wünsche dir viel Spaß, alles Liebe und bis bald!